So, die zwölf Jünger, zehn Männer und zwei Frauen, das Evangelium der Johanna, alias Maria Magdalena. Da möchte ich jetzt zuallererst mal auf Bilder eingehen, die aus dem Mittelalter stammen. Und zwar vom berühmten Leonardo da Vinci 1452 bis 1519 und die berühmte Coppola-Manufaktur gegründet 1607. In beiden Darstellungen der Künstler vom Abendmahl aus völlig verschiedenen Zeiten, also mit fast 100 Jahren Unterschied, sind im Abendmahl Frauen zu entdecken. Als ich als Kind monatelang dieses Bild des Abendmahls anstarrte, das von Da Vinci, das hing bei meinen Großeltern im Flur, hatte ich ein Gefühl, dass ich etwas übersah. Eines Tages war ich im Wald und es traf mich wie ein Blitz. Ich rannte den Burgweg hinunter, quer durch die Böschung und klingelte wie wild bei meinen Großeltern. Meine Oma machte völlig erschrocken die Tür auf. Kind, ist was passiert? fragte sie. Ich ja. Oh ja, Oma. Ich rannte an ihr vorbei, schnurstracks auf das Bild zu und brüllte, es sind Frauen. Es sind zwei Frauen. Meine Oma kam neben mich, schaute das Bild an und sagte, wenn man es mit deinen kindlichen Augen sieht, dann könntest du recht haben. Und wie ich recht hatte mit meinen Zehenlenzen. Und je älter ich werde, umso deutlicher wird es. Je mehr ich forsche, umso klarer sehe ich. Und der angebliche Johannes ist die Johanna und Philippus ist Philippa. Das möchte ich euch jetzt mal anhand dieser Bilder zeigen. Das hier ist Johanna und das hier ist Philippa. Wie komme ich da drauf? Es könnten ja auch zwei Männer sein, ohne Bart im Gesicht. Aber die Männer, ohne Bart im Gesicht, tragen kurzes Haar. Und sie haben keine weibliche Kleidung. Was sehr auffällig ist, sind die Gamaschen der Frauen, die auch noch im Mittelalter getragen wurden. So, das ist jetzt das Abendmahl aus der Manufaktur Kobbelin. Also es ist im Prinzip eine Replik. Ja. So, und dann haben wir noch das. Und da haben wir das Gleiche. Johanna und Philippa. Wie gesagt, die Männer ohne Bart tragen kurze Haare. Man muss also genau hinschauen, ja, bei den Bildern der alten Maler. Da ist natürlich noch wesentlich mehr Symbolik in den Bildern erhalten. Dazu sage ich aber später noch was in einem extra Video. Jetzt geht es mir hier erstmal nur um das, dass wir hier zwei Frauen im Abendmahl haben. Sowohl in dem Gemälde von Leonardo da Vinci, als auch in den Gemälden der Kobbelin-Manufaktur. Des Weiteren ist es auch in anderen älteren Gemälden aus dem Mittelalter zu entdecken, ja. So, die Frauen hießen also Johanna und Philippa. Schon immer wurden aus ihnen Männer gemacht, zur Schande der Kirche. Doch da Vinci und die Kobbelin-Künstler wussten um ihr Geschlecht und hielten es auch genau so in ihren Bildern fest. Aber nicht nur diese Darstellung, sondern viele Darstellungen aus dem Mittelalter entsprechen der weiblichen Darstellung zweier Jünger. Auch sehr schön zu unterscheiden, anhand von dem, die Männer ohne Bart haben kurze Haare und nur die Frauen haben lange Haare. Alle anderen mit langen Haaren haben Bart und sind daher auch Männer. Oder eben Männer mit kurzen Haaren und ohne Bart. Dann taucht in irgendeiner Bibliothek, ich weiß gar nicht mehr, welche Bibliothek das war, ich habe mich als Kind in vielen Bibliotheken rumgetrieben, das Evangelium der Maria Magdalena auf. Aber auch das ist nur eine Fälschung, um von den Lügen der Kirche abzulenken. Es gab nie eine Marlene oder Maria Magdalena, zumindest nicht in weiblicher Form. Und es ist und war und bleibt die heilige Johanna. Und es war nicht die Johanna von Orléans. Die Johanna von Orléans ist nur eine weitere Erfindung, um die Geschichte der Bibel zu rechtfertigen. Die heilige Johanna wird in der Bibel an zwei Stellen namentlich erwähnt, beide Male im Lukas-Evangelium. Dies wird immer wieder übergangen. Im achten Kapitel werden die Jüngerinnen Jesu aufgezählt. Doch heißt es, dass auch Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, Jesus und die Zwölf mit ihrem Vermögen versorgte. Sie steht in einer Reihe. Eine Reihe bedeutet damals gleiches Blut mit Maria Magdalena und ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Jesus auch sie geheilt habe. So viel mal zur Bibel. Dann zum Kapitel 24, das Lukas-Evangelium. Da ist dann im dritten kanonischen Evangelium wird Johanna zu den Frauen gezählt, die am Ostermorgen das Grab Jesu aufsuchten. Da muss es doch klingeln. Für die, die die Bibel gelesen haben, also es fällt auf. In allen anderen Evangelien jedoch wird behauptet, dass nur Maria am Morgen alleine als erste vor dem Grab stand. Ich gehe davon aus, dass schon damals die Kirche unwesend trieb. Keiner der Nachkommenden noch einen Durchblick hatte, wer denn nun welchen Namen der Jünger trug. Des Weiteren ist anzumerken, dass die Bezeichnungen Frauen und Männer erst viel später erfunden wurden. Nämlich, zu Zeiten Jesu waren alle gleich und wurden Mannen genannt. Ja, die Mannen aus Mannheim. Auf der Basis dieser Stellen vermerkt das Matyrologium Romanum, das ist das offizielle Verzeichnis aller Heiligen und Seligen der römisch-katholischen Kirche, dass auch Johanna den Jüngern von der Auferstehung Jesu berichtete. Sie zählt zu den ersten Zeuginnen. Aha! Erwischt! So, Johanna ist angelehnt an Johannes und bedeutet, Gott ist gnädig. Schussers bedeutet übersetzt Spieß, Sporn, Neuner, alle Neune, so wie beim Bowling. Oder anders übersetzt, langes, glattes, kräftiges Haar. Eines sei hier noch angemerkt. Den Namen Maria tragen auch Männer. Ich schätze, Maria war der Bruder von Johanna und Schussers war seine Frau und nicht der Mann, wie fälschlich übersetzt wird. Denn Mannen sind auch Frauen. Das Verwirrspiel der Kirche ist ein weiteres Mal damit entlarvt. Johanna und Philippa. Über Philippa werde ich dann auch noch einiges berichten. Ich denke, dass man das Johannes-Evangelium tatsächlich als das Evangelium der Johanna sehen darf. Und ebenso Philippus, Philippa, das wahre Evangelium dieser beiden Frauen ist. Wobei man da auch noch mal dann zwischen den Zeilen genau lesen muss. Zumal diese Evangelien ja auch viel später wirklich erst aufgeschrieben wurden. Allerdings gibt es ein Book of Kells. Das Buch der Kelten. Und im Buch der Kelten, das leider nicht frei zugänglich ist, gibt es auch noch mal andere Spuren, was die Mannen angeht. Nämlich das ist ein keltischer Begriff. Und das passt auch wieder zu der Kirche, von der ich dieser Woche berichtet habe. Aus dem Armenischen. Das ist ein Video vorher. Die heute auf dem Grund des Iran steht. Also... Ja, ja. Da kommt noch einiges. Das ist ein Video, das ist ein Video.